Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Immer noch zusammen mit Blazehawks. Hallöchen. Wir sind hängen geblieben bei dieser Welt, wo ich mir die Headcrap jetzt mal zur Gemüte führe. Und das war viel zu langsam. Ich bin ja mal gespannt, ob du es heute noch bis in die Hölle schaffst. Glaube ich nicht. In letzter Zeit habe ich vor Aufnahmesession irgendwie nur noch 3 bis 4 Level. Es ist einfach zu schwer geworden. Ja, die sind ja auch zu Recht schwer geworden, sage ich mal. Und es wird immer lustiger. Schieb nicht wahr, das war nicht hoch genug. Aber so klappt das. So kann das klappen. Das spüre ich einfach. Ich hätte gesagt, ich kann dir ja nach der Aufnahmesession nochmal, wenn du mal kurz durch die Welten dann rushst, sagen, wo du vielleicht noch aufpassen solltest. Wo es so ein paar Tricks gibt, wenn du dann so weit bist. Das heißt, wenn du es bis dahin auch mehr hackst. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht geht es ja dann so, aha, da war ja was. Vergiss den Schlüssel nicht. Ah shit. Ja, ich wollte, ich musste den Segen ausweichen und habe versucht, den Ort zu erreichen, wenn du gesehen hast, habe ich versagt. Ich empfehle dir als allererstes, den Schlüssel zu holen und dann das Pflaster. Okay. So. Ey, ich wollte doch jetzt springen. Ich bin ein Zentimeter zu weit gelaufen. Ein Pixel. Weil wenn du den Schlüssel hast, da kommst du auch fast ohne die Hilfe des hier Dingens da Vorteils wieder zu Bandage gehört. Auch wenn die Headcrap nen etwas mageren Sprung hat, die schafft das bis an die nächste Wand. Und da sie sich ja fast festkleben kann an die Mauern, sollte das dann auch kein Problem sein, den Rest zu meistern. Das war jetzt fast zu hoch. Ja, war noch gut abgeschätzt. So, jetzt erstmal nach oben. Nein, ich habe vergessen mich festzukleben. Ja, das, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe immer das Problem, ich drücke permanent den Rennknopf und dadurch klebt die sich immer fest. Also das heißt, wenn sie mal rutschen soll, tut sie es nicht. Ja, ich habe es jetzt schon rausbekommen, den nicht so zu drücken, wenn es möglich ist. Dann kommt man sehr viel besser zurecht. Aber wenn man hektisch wird, hat man nicht immer die Chance dazu. Ja, das ist das Problem bei diesen Spielen. Da kommt er. Das war jetzt aber Schwein gehabt. Ja, ich habe gedacht, ich könnte es schaffen, aber das war jetzt wirklich super knapp. Du solltest auf den Aufzug bleiben, genau bis die Sägen wiederkommen. Nicht runterspringen. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie hat sich plötzlich schon selber bewegt. Ich habe nicht wirklich was gedrückt. Ich weiß nur, dass sich mein Controller durch den X-Patter manchmal selbstständig macht. Dann schreibe ich auf einmal Haufen weiße Qs rein in den Chat und frage mich, wieso hört das nicht auf? Na schon. Ich würde den Controller anheben. So, jetzt wieder die Sägen abwarten. Ach, Fitt, das war ein bisschen zu hoch. Wieso klappt es manchmal mit dem Hochgehen und manchmal nicht? Also den letzten Punkt, den hättest du dir sparen können. Du hättest dich nur noch rankleben müssen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich weiß ja, dass das Einschätzen dir nicht unbedingt leicht fällt. Ja, ich weiß. Das Einschätzen ist eine der größten Probleme bei mir. Weißt du was, vielleicht solltest du dir doch das auch schon mal das Pflaster holen, sobald du jetzt die Sägen wieder durchgelassen hast. Jetzt? Sägen holen und dann versuchen wir den... Ah nein, ich war nicht an der Wand. Ja, fast. Und dann auf den Aufzug springen. So. Also erst Pflaster holen und dann den Aufzug versuchen abzupassen. Eigentlich ist er so breit genug, du solltest ihn erwischen. Und die Headcrap ist eigentlich in der Luft nicht so schwer zu steuern oder zu hibbelig. So. Jetzt gleich, meinst du, oder erst wenn sie wieder zurückkommen? Erst wenn sie zurückkommen, oder? Ja. Ja, du musst ja eh warten, ehe der Aufzug da ist. So und jetzt rüber, ja! Und den Aufzug abpassen und drauf bleiben, bis die Sägen vorbei sind und dabei den Schlüssel abholen. Mist. Ich hab gedacht, du schaffst. Dann musst du jetzt noch mal die Sägen abwarten. Pass auf, du wirst runtergeschoben. So. Jetzt musst du wieder auf den Dingens dort warten. Ich weiß. Ich hab gedacht, ich kann den Schlüssel sammeln, wenn ich auf dem Aufzug bleibe. Nein, ich bin doch jetzt, ich wollte doch jetzt springen. Manchmal funktionieren solche Dinge, aber nicht immer. Ja. Okay, aber wir wissen jetzt wie es geht. Das heißt, wir kriegen das hin. Und jetzt fallen lassen. Hier rüber. Und zack. Ich glaube, der Schlüssel, die Stelle ist auch zu hoch, als dass du dort stehen bleiben könntest. Oder war das eine Höhe? Wenn es eine Höhe ist, dann war das da einfach ab, bis das Teil wiederkommt, dort wo du den Schlüssel geholt hast. Nee, ich glaube, das war nicht eine Höhe, sonst hätte es gepasst. Ich hab nämlich eindeutig ganz in der Kante der Plattform gestanden. Und eben bin ich wieder so hochgesprungen. Ja, wir sind hier gewohnt, von mir pausenlose Fails zu sehen. Jetzt geht es wieder weiter bei mir. Aber es liegt ja an meiner Internetverbindung, bekanntlicherweise. Dass ich ab und an mal ein paar Standbilder habe. So. Ja, guck mal, die haben eine Höhe. Das heißt, du kannst dort bei dem Schlüssel stehen bleiben, sodass du ihn nicht mit einmal einsammeln könnt. Ja, okay. Toll, wenn ich das mache, dann sterbe ich. Nee, ich mach das lieber jetzt auf die Art, wie ich es von Anfang an vorhatte. Erst den Schlüssel und dann das Pflaster? Nee. Ich wollte immer den Schlüssel dann, aber ich war dann einfach, bis die Plattform zurückkommt. Genau. Jetzt würde ich das jetzt ja auch nochmal vorgeschlagen. Da kriegt man zwar keine A+, aber das habe ich ja nicht vor. Heide Güte, ich darf jetzt ständig, ständig mache ich dieselben Fehler. Also, wenn du dir eh das Pflaster holen willst, dann ist es so doch so aus mit A+. Ja, meistens. Schicks, das war nicht hoch genug. Aber, du kannst dich schon mal auf nach dem Ende freuen. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Welt. Die ist schon schwierig genug in der Lichtwelt und die dann nur noch auf Rang A zu bringen ist ein A- Ich selber habe es auch noch nicht ganz geschafft. Ich sterbe zu oft. Mal gucken, ob ich das dann jemals hinbekommen werde. Also wie gesagt, an sich sind die Welten ziemlich einfach. Nur du kriegst unschöne Hindernisse in den Weg gelegt. Wenn du die Hindernisse schaffst zum Gehen, sind die Welten an sich wirklich nicht schwierig. So. Ich glaube, davon hatte ich dir schon mal Skype erzählt gehabt. Ja. Von diesem Hindernisparcours. Ich erinnere mich. Nein! Verdammt! Oh, ich darf... Ich darf nicht so... Was drückst du denn nur immer? Gar nichts. Ich stehe einfach nur. So. Immer mit der Ruhe. Ganz vorsichtig. Oh nein, jetzt habe ich ja vergessen, dass das passiert. Ja. Ich habe mich jetzt auch schon gewundert. Also irgendwas lief hier jetzt gerade anders. Du bist so schnell unterwegs. Ja. Das war zu fix. So. Da oben festkleben. Weile warten. Und zack, jetzt wieder hier lang. Wir wissen ja, zwischen gelernt wird das. Aber ich denke... Ich denke trotzdem, die Kappe, die macht ja schon einiges einfacher. Ja, glaube ich auch. Mit Beeper muss man ja die ganze Zeit springen. Ja. Shit. Ah nein, jetzt hätte ich mich beinahe gerettet. Ja, du hast leider abgelassen. Aber so geht es mir auch manchmal. Ich habe gesagt, meine Netgev will irgendwie, dass wir in die Kitschwelt gehen heute. Oh, also wenn du es jetzt so schaffen solltest, kriegst du die auch. Ja. Und du hast deinen Pflaster sicher. Die Welt der Worte und entschieden zu lange. Und wieder nach oben. Ah. Das war nix. Das war zu tief gewesen. Ja, irgendwie bin ich plötzlich abgerutscht. So, jetzt muss ich gleich wieder einen kleinen Sprung machen. Eigentlich wollte ich jetzt einen Sprung machen. Das war ein bisschen zu spät. Ja, du bist schon so oft gestorben, die denkt, ach ich bleib jetzt permanent so. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe schon alle Klitschwelten freigeschaltet. Ich noch nicht. Ich habe glaube ich erst die ersten beiden freigeschaltet. The Provost and Hospital. Ja, und ich glaube, das Krankenhaus hatte ich auch geschafft gehabt. Ich fand es jedenfalls einfacher Alzenwald. Und das war auch das einzige, was ich bisher an diesen Klitschwelten geschafft habe. Irre. Der Vorteil daran ist, du hast nur diese eine einzige Welt, die du meistern musst mit drei Leben. Ah, das ist gut. Ich habe schon gedacht, das sind drei. Nein, es ist nur eine einzige, die du schaffen musst. Deswegen ist es eigentlich Schwachsinn nicht, dass du nur drei Leben hast, weil du kannst sie eh betreten und da du ja eh nach jedem Tod bei null anfängst, eigentlich Quark, aber hm, haben es halt so gemacht. Jetzt müssen wir auf die Plattformen warten. Also auf die Plattformen. So, jetzt müssen wir auch noch wieder zurück. Ich glaube, ich sehe noch ein paar Tode auf mich zukommen. Ja, jetzt solltest du vielleicht nochmal ausweichen vor den Sägen, bevor du dort dieses S hoch machst. Und achte auf das Sägeblatt, Konzentration! Shit! Und natürlich, ich wusste, dass sowas passiert. Ich wusste es einfach. Ich muss immer an jeder volle 10 Mal sterben, bevor ich das drauf habe. Auf der Kante stehen bleiben wäre dann das richtige Handeln gewesen. Aber ich kenne das. Wenn du da zu hüppelig bist, da rennst du auch einfach mal rein. Oder wenn du dich in Sprung verschätzt hast, springst du hoch, bist schon über der Kante und dann rennst du auch in die nächste Säge rein. Ich frag mich, ob es nicht immer so schneller geht. Jo, so geht es doch auch ganz gut. Ja, aber auf den Schlüssel musst du trotzdem warten. Ja klar, aber trotzdem, dann muss ich nicht da oben warten. So, jetzt holen wir jetzt den Flüssel. Da sind die Sägen gerade wieder. Aber jetzt heißt es einfach nur abwarten. Ja. Abwarten, warten, warten. Tief durchatmen, sich sammeln und dann ab zurück. Wieso bewegt sich die plötzlich? Wieso bewegt sich die plötzlich? Ich bewege die sich? Ja, die hat sich plötzlich manchmal bewegt, aber ich hab nicht wirklich was gekriegt. Dann liegt es vermutlich an dem Controller. Das ist gut möglich. Du bist einen Schritt nach vorne gelaufen. Ich sei denn, ich hab natürlich einen Analogstrick berührt. Das kann natürlich auch sein. Halt. Das klappt so nicht. Oh oh. Ich hab vergessen, die Sägen abzupassen. Das erste Mal. Die hab ich jetzt aber auch nicht gedacht. Jaaa, wir haben beide denselben Gedächtnisverlust. Jaaa, das hatte ich auch jetzt bei meiner... Ich hab ja jetzt endlich Equinox weiter aufgenommen gehabt bei dem Boss. Ich hab immer wieder vergessen, dass der einmal soweit mit seiner Schere ausholt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir warten ein Jahr auf die neuesten Parts. Nö, so lange musst du doch nicht warten. Ich hab ja jetzt schon wieder einen mit hochgeladen. Wie gesagt, aber seit dem letzten dürfte es wirklich ein guten Jahr her sein, glaube ich. Ja, ich wurde auch schon ein paar Mal von ein paar Leuten gemeint, die das gerne weiter gesehen hätten. Aber ich meine, jetzt geht's, weil ich hab's nicht vergessen. Oh, das war grad ein bisschen knapp von mir. Knappe Kiste, jaaa. Du machst es spannend. Gibst du. Manchmal will ich's spannend machen. Aber meistens denk ich nicht drüber nach. Ah, du machst es spannend, ohne es zu wissen. Ich bin jetzt schon wieder von der Plattform gefallen. Oder man kann sagen, du machst es spannend, um dann trotzdem zu sterben. Jaaa. So, weiter geht's. Muss ich gleich mal mit dem Controller wechseln. Gucken, ob es hier in dem Controller liegt. Aber ich bin jetzt dann ja auch in Meinung auf Isaac Rebirth zu spielen, und da hab ich keine Probleme. Also, glaub ich nicht, dass der Controller schuld ist. Also, wenn ich meinen Ex-Patter so beobachte, scheint er eigentlich auch durchgängig, ähm, also ein Signal zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich an Meat Boy, also an Super Meat Boy selber liegt an dem Spiel. Es-es ist nunmal ein Indie-Game. Es ist auch ein schönes Indie-Game. Aber trotzdem, es ist einfach schlampig programmiert. Man merkt das immer wieder bei den Indie-Games. Das hab ich gemerkt, als ich versucht hab, es in Fullscreen aufzunehmen. Ja, aber obwohl ich... Ich erinnere dich an die ersten drei Parts. Jaja, ich erinnere mich. Und selbst jetzt, wo ich meinen, ähm, ziemlich guten, teuren, du hättest auf die andere Seite springen sollen... Ja, da hab ich zu spät dran gedacht. Ja, mach bei mir auch... Also, das gibt's doch nicht. Ja, mach bei mir auf jeden Fall auch Theater in Fullscreen, wenn ich was aufnehmen möchte. Hab das nämlich auch schon mal ausgetestet. Und das bei mir auch so ist. Und ja, es ist so. Und es liegt definitiv an der Programmierung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, dann... Dann ist das wohl doch nicht das Problem eines Xbox-Controllers. Weil eigentlich bin ich von Microsofts Controller ziemlich begeistert. Ich bin eigentlich immer von Logitech sehr begeistert gewesen. So. Gut, jetzt können wir auf die Plattform warten. Wenn ich Controller für Konsolen kaufe, dann kaufe ich auch eine Originale. Weil ich hab mit diesen ganzen Fake-Controllern gerade von der GameCube nur schlechte Erfahrungen gemacht. Irgendwann funktionieren sie nicht. Und die, die Original von Nintendo waren, die funktionieren einwandfrei. Da kann man nicht meckern. Also ich hab mir den von Big Ben gekauft gehabt für die GameCube. Der war eigentlich immer ganz gut. Der war auch zum Kotzen bei mir gewesen. Der bringt nicht mal mehr ein Signal. Es wird zwar erkannt, dass ein Controller angesteckt ist, aber der macht kein Box mehr. Aber ich hab eigentlich auch schon... Ich hab eigentlich auch nur einen Originalkontroller. So, jetzt müssen wir wieder die Sägchen abwarten. Okay, Sägchen sind das nicht. Hast du... Hast du da den Big Ben-Controller? Den weißen? Nee, den schwarzen. Weiß nicht, ob's den auch in schwarz gab. Denn ich hatte ne weiße Version davon gehabt. Da stand auf der Verpackung noch drauf mit extra langen Kabel. Eben hätt ich's fast geschafft. Ja, bei mir ruckelt es momentan ziemlich... Bei mir ruckelt es momentan echt Döse. Und ich seh auch nur noch Pixelmatsch. Gut, vielleicht. Meine Benet vielleicht ein bisschen besser wäre. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ja, weil ich hab auch nicht das beste Internet. Ja, immer noch besser als unseres. Wir haben maximal 2000 Enderleitungen anliegen. Maximal. Okay, das ist bei uns das Minimum, glaub ich. Genau, das wollte ich grad sagen. Bei vielen Leuten ist das das absolute Minimum, was anliegt. 6.000 kriegen wir hier locker. Ja, bevor wir gewechselt haben, hatten wir nicht mal 1.000 an der Leitung gehabt. Ich glaub nur 750 oder so. Das war lächerlich wenig. Also ich mach mit diesem Part, dieses Level jetzt noch durch. Und wenn ich dafür überziehen muss... Mach nur. Ich frag mich, ob ich dich doch lieber mitbeugenommen hätte. Aber jetzt hab ich die Headcrap schon so draußen. Machen wir es auch mit der fertig. Hm, das ist halt eben dann immer die Frage. Ich meine, jeder Charakter hat seine Vor- und Nachteile. Bei Meatball ist es halt eben, frag dich, ob du das wirklich alles so in einen Abwasch holen könntest. Das stimmt. Das Worteil an Meatball wäre, dass du weniger Zeit vergeudest. Ja, weil er schneller ist. Ja. Der kriegt das schneller in einem Abwasch hin, aber die Headcrap hat halt eben den Vorteil, ähm, der sichere oder gezieltere Landung zu versprechen. Genau. Auch wenn es ein ziemlich hässliches Viech ist. Ja, das stimmt. Das ist keine Schönheit. Das stimmt natürlich. Auch wenn ich sie jetzt nicht höre. Ja. Es gibt ja eigentlich auch eine Möglichkeit, womit du deinen Sound übertragen kannst, aber... Bei mir funktioniert doch nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Das habe ich nämlich schon ausprobiert. Ich kenne das mit dem Team-Viewer, aber dann höre ich auch immer meine eigene Stimme, wenn ich irgendwo mit kommentiere und das irritiert mich. Ja. Das kenne ich. Haben wir manchmal mit unserem Telefon. Na? Nicht springen. Wenn die Segel kommt. Ich bin gesprungen, bevor die gekommen sind. Keine Sorge. Weil mir auch hakelt es momentan wieder ganz schön. So, jetzt müssen wir erst nach oben. Und zack. Ich doch Standbilder gut achten. Nein! Ich war zu nah! Ich war zu nah! Diese Welt kann sich nur noch um Stinten handeln, sage ich. Aber du hast es ja fast geschafft, alle Dunkelwelten von hier. Ja, wenigstens das. So. Und jetzt wieder nach oben. Also ich für meinen Teil empfehle dir auf jeden Fall zu lernen, mit den Alien umzugehen. Kann ich mal machen. Aber das mache ich dann off-screen und nicht on-screen. Mit ihm zu rügen. Das ist richtig. Hätte ich dir jetzt auch so vorgeschlagen. Aber ich denke, das erklärt sich auch von selber. Und auch. Ja. Dass man das off-screen. Zeit, muss ich mal bemerken. Dein Mikrofon ist gerade benutzt. Rauscht ganz schön. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Dass das immer auch ganz schön rauscht. Das ist so ein Problem, was ich jetzt so bei meinen Equinox-Aufnahmen hatte. Ich habe das ja wieder über meinen Laptop gespielt. Und ich durfte aber, habe mein Stehmikro für den Tisch direkt daneben gestellt. Und der macht die ganze Zeit Krach. Na toll. Um das Rauschen zu entfernen. So. Schön warten. Warte, am besten bis es noch mal vorbei ist, die Säge. Ja. So. Und jetzt sehr vorsichtig. An die Kante sprengen, rüber und... Nein! Verdammt noch mal! Ich habe die Säge erwischt. Okay. Aber du wirst besser. Du schaffst das schon. Ja, wenigstens sind wir jetzt schon zweimal in der Nähe vom Bandage Girl gewesen. Das ist ein Fortschritt. Denk ich auch. Es ist irgendwas besser als in der Kick-Warp-Zone. Na, das ist ein Geduldsspiel, sag ich mal. Ein bisschen Geschick, ein bisschen Geduld. Irgendwann schaffen wir es schon. Ja, irgendwann kann man alles schaffen. Da bin ich mir auch sicher. Den einen Charakter, den du für 90 Pflaster bekommst, der Boden und Decke hier wechseln kann, der ist sehr langsam, aber das ist dann, wenn du selten mit denen machst, wirklich nur ein reines Geduldsspiel. Irgendwann kriegst du es hin. Ähm, der ist nicht zufällig, ähm, so dargestellt, dass er auf dem Kopf steht oder einen Vorwurf der Stirn hat. Oh, hat er einen Vorwurf der Stirn? Ich weiß, dass er blau ist und ein bisschen wie ein Roboter aussieht, so Kastentürmisch. Dann gibts den nämlich als Co-Baby in Binding of Isaac Wiebers. Das kann sogar sein, ja. Es gibt hunderte von Babys als Co-Partner. Wir haben Meat Boy und Bandage Girl schon gehabt. Ich glaube, er wechselt seine Körperform, wenn du ihn anwählst. Also in der Auswahlliste, wenn der Vorhang aufgeht und du dich für eine Welt entscheiden darfst. So langsam weht das hier, hm? Ja, das ist immer besser. Vergiss nicht die Segen nochmal vorbeizulassen. Ja. Oh nein, verdammt. Ja, war zu schwach der Sprung. Ja. Ich hätte von weiter oben springen müssen, glaube ich. Aber ich hatte Angst in die Säge zu geraten. Nee, eigentlich ist der Sprung weit genug für die Headcrab entfernt. So. Das sind dann so Sachen, die... Ja, die muss man halt eben so ein bisschen voraussetzen, dass man das einschätzen kann. Um dann den Abschluss noch zu schaffen. So. Na komm. Naja. Nix ist schlimmer als ein Opto-Dead steuern zu müssen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Soll aber sehr witzig sein. Ich habe ja auch euer Let's Play angesehen gehabt. Was du ja leider schon zum dritten Mal oder so hochgeladen hast. Nee, zum zweiten Mal. Und da sind jetzt auch neue Parts dabei gewesen, falls du es noch nicht bemerkt hast. Nö, habe ich glaube ich noch nicht bemerkt. Aber ich komme momentan nicht allzu oft dazu. Momentan habe ich mir wieder die, sag ich mal, größeren Let's Player angesehen. So ein paar Let's Plays. Ehrlich gesagt, das kann ich verstehen. Zum Beispiel. Wenn man sich lieber Super Metroid von Luke's Like Link ansieht, das tut mir auch für die ganze Zeit in den Fingern jucken. Aber ich habe zu viel anderes zum Anschauen. Ja, Luke's Like Link ist jemand, der ist wirklich der optimale Durchschnittspieler. Kann man wirklich sagen. In Jump'n'Run und all. Er ist nicht so wirklich gut, aber auch nicht unbedingt schlecht. Außer in den 3D-Zelda-Spielen. Da ist er wirklich gut. Also ich habe Matthias Maas angesehen und da steht Matthias Maas ja wie ein Like a Boss, muss ich jetzt mal sagen. Er hat mich dastehen, dass er wie ein Like a Boss sagt, weil wenn jemand besonders gut mit etwas ist. Er hat mich dastehen, dass er wie ein Idiot, als er die Herausforderung gemacht hat mit den Pfeilen im First Try. Ja, da hat er auch in sein Zetter Oracle of Ages den Geronentanz auf Anhieb geschafft. Alle beide Tänze. Gott, ich habe glaube ich Stunden dafür gebraucht. Ja, ich habe auch ziemlich lange dafür gebraucht. Und wenn ich mich an TrueMGs versuche, Zelda Oracle of Ages durchzuspielen, erinnere, der ist dann durchgeworfen, der hat das Let's Play abgebrochen an der Stelle mit dem Geronentanz. Der ist auch heftig. Ja, und vor allem allen Zuschauern sind die Augen großgefallen, kann ich sein, ich habe stundenlang gebraucht, der kriegt das auf Anhieb hin. Tja, das sind dann wieder so Spiele, wo er ein Händchen dafür hat und wir offenbar nicht. Also ich muss zugeben, dass ich wahrscheinlich Oracle of Ages den Tanz jetzt auch besser hinbekommen würde, weil ich jetzt selber tanzen gehe und mich inzwischen mit Takt auskenne. Ja, stimmt, man muss eigentlich nur einen richtigen Takt drücken, das stimmt schon. Und man muss ein bisschen auswendig lernen, was halt immer ganz übel war, wenn der siebenmal die Schritte gewechselt hat. Ja, oder wenn du dreimal in Folge erst in eine Richtung drücken musst und das in einem richtigen Zeitpunkt und dann auf einmal nur fünfmal hin und her wechseln musst. Ja. Das ist die restlichen Male. Der rote Korone war ja der schwierigere, der blaue, der ist in der Zukunft gewesen, also in der Gegenwart meine ich damit, der war ziemlich lasch. Ach shit, ich krieg den Sprung nicht hin. Ich krieg diesen letzten Sprung einfach nicht hin. Vielleicht solltest du's mal umgekehrt probieren. Erstmal hier von dort drüben aus dort reinspringen und gucken, ob du's schaffst zu Bandage Girl zu kommen. Gute Idee. Übrungsstunden quasi. So. Ich mein, du hast ja nix zu verlieren, ne? Kannst ja nur was dazu gewinnen. Nee, gerade. Gerade hab ich nur Zeit zu verlieren. Ach, das gibt's doch jetzt, krieg ich diesen Sprung nicht hin. Ich kriege mich mal mehr in diesen Sprung hin. Ich bin's halt so gewohnt, jetzt auf der Plattform zu landen. Wenn ich den Sprung nicht hin, krieg ich auch den anderen nicht hin. Das ist wahr. Aber mir ist aufgefallen, ich bin in dem Spiel immer in eine Sprungrichtung besser dran als in die andere Richtung. Fällt mir immer wieder auf. Hat vielleicht was damit zu tun, ob man rechts oder links hinter ist. Weiß ich nicht, vielleicht hat man beim Spielen selbst ne ganz persönliche Schokoladenseite, wer weiß. Ähm, das kann ich vergessen, ich brauch diese verdammte Plattform. Das weiß ich. Ich brauch die einfach, um auf ihr zu landen. Hm, vielleicht solltest du dann auf dem Rückweg versuchen, auf der Plattform zu landen, statt gegen das Ding zu sprengen. Ja. Das glaube ich ist fit. Das einzige, was wirklich klappt bei mir. Da musst du aber auch hoffen, dass sie nicht zeitgleich mit der Säge kommt. Ja. Weil du weißt ja nicht, in welcher Position die dann ist. Die Plattform. Aber ich krieg diesen Sprung nicht hin. Ich hab das, ich probier das jetzt und ich merk das sofort, dass ich diesen Sprung nicht hin bekomme. Du wirst ihn bestimmt hinbekommen, wenn du noch fleißig schübst. Ja, aber dafür hab ich jetzt nicht wirklich die Zeit. Ah, das stimmt natürlich auch. Wenn man gerade, ähm, offscreen hier, let's play, dann hat man meistens den Zeitdruck irgendwo. Ja. Man wüsste ja nicht, dass der Part eine Stunde dauert. Ja. Ach nein, wieso bin ich dir jetzt untergefallen? Das ist richtig. Bei mir ruckelt es momentan ziemlich und ich hab auch ganz schön Pixel 3. Liegt wie üblich an der Internetverbindung. Falls wir das noch nicht erwähnt haben, im letzten Board. Die Kitbarabzone hab ich doch auch irgendwas hinbekommen, damit ich das doch hinbekommen. Weil die Kitbarabzone war deutlich schwerer. Oh ja, die war wirklich deutlich schwerer. Leider bin ich ja das Englisch nicht so mächtig wie du, deswegen weiß ich nie, wie die Speedrunner das erklären, wie leicht oder schwer die diese Warp-Zonen finden. Wieso hab ich das denn jetzt gemacht? Das kann ich dir nicht erklären. Ich hab irgendwie nicht nachgedacht. Du hast einfach nur funktioniert. Ja. Ja. So. Das muss doch jetzt mal klappen. Dann bin ich wirklich genervt von dieser Wind. Na ja, wie gesagt, mit Midboy bist du zwar schneller, musst aber auch mehr Geschick zeigen. Bei der Headcrap kannst du es ruhig langsam angehen und das wird schon mit der Zeit. Ach, irgendwie mach ich jetzt wieder nur noch Fehler. Dann merkst du mal daran, dass ich genervt bin. Du kannst ja diese Welt überspringen und dich erstmal um eine andere kümmern, dann kriegst du vielleicht einen Kopf frei. Das Problem ist, dass ich jetzt schon einen ganzen Part mit dieser Welt zugebracht habe und ich hab das Gefühl, ich soll sie jetzt langsam mal schaffen. Na gut, dann versuchst du die Welt noch zu schaffen und in den nächsten Parten machen wir halt eben eine andere. Es sei denn, du hörst schon vorneweg das Handtuch, dann kümmerst du dich am ersten Mal hier rum. Ich werfe das Handtuch mit der Headcrap. Ich würde dies jetzt doch mit Midboy. So. Das war zu langsam. Meine Fresse ruckelt das bei mir. So. Eigentlich hättest du jetzt nicht durchrennen können mit Midboy. Nee, ich war nur zu langsam gewesen. Was ist so langsam gewesen? Ach, Fitt. So, gesprungen. Ja, mit Midboy lernt man noch eher dazu, zu hoch zu springen. Ja. Also was die Sprünge betrifft, finde ich Kit wirklich noch mit am besten. Da kann man es wirklich ziemlich gut einschätzen. Ja. Man kann den ersten Sprung ruhig ein bisschen lascher angehen und den zweiten Sprung dafür besser ausführen. Das Problem bei Ogmo ist halt eben der, seit du da ihn während des Spiels so ein bisschen verwirren kann, irritieren kann. Tut aber bei mir nicht wirklich. Guck, ich hab Midboy einfach am besten drauf. Das ist wahr. Weil ich fast immer mit dem. Weil ich fast immer mit dem spiele. Nein, jetzt wird er gestürzt! War wohl doch eine Scheißidee mit der Headcrap. Naja, es war eine gute Idee, mal die Charaktere ausprobieren. Ich glaub, das war ich für langsam, weil ich die Headcraps so drin hatte. Ja, sterben die dann wegen. So. Zack. Also ich an deiner Stelle würde auf jeden Fall Rupture erstmal mit den Dunkelwelten überspringen. Vor allen Dingen die, wo du gleich siehst, dass du sie nicht schaffen wirst. Okay, den Rat werde ich mir zu Herzen nehmen. Weil Rupture, das ist echt übel, was die da von dir verlangt. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr spielen. Immer mit der Ruhe. Gut durchatmen, nicht aufregen. Die Wut einfach wegatmen. So, das war knapp. So, jetzt kommen gleich wieder die Segen. Nein, wieso bin ich denn jetzt aus dem Bild gesprungen? Das war doch jetzt wirklich nicht so hoch. Also wirklich viel. Na gut, ein Vorteil hat's jedenfalls. Du hast mal ein bisschen gelernt und geübt mit der Headcrap umzugehen. Ja. Ich meine, mit Glit umgehen zu können ist ja keine allzu große Kunst. Es sei denn, du willst wirklich an den schmalsten kleinen Kanten einen Doppelsprung ausführen, um, was weiß ich, irgendwo hochzukommen. Oder drunter durchzuhüpfen. Das ist dann noch so diese, sag ich mal, Meisterlektion von Kit. Okay, nee, ich geht jetzt auf. Es geht nicht mehr. Es dauert schon zu lang. Ich wollte nicht ganz raus. Es dauert schon viel zu lang. Es tut mir leid, das ist ein absoluter Failpart geworden. Wir müssen den Part jetzt mal beenden. Na gut, dann beenden wir das. Du kannst es ja auch einen anderen Mal zusammenschneiden. Ja, werde ich wahrscheinlich machen mit der Welt, also so. Naja, die Welt habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, dann sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und tut mir leid für diese Fails. Irgendwie liebt diese Welt mir heute überhaupt nicht. Wir werden schon mal zur nächsten gehen. Ah, manchmal hat man auch einen schlechten Tag. Ja. Wir werden schon mal zur nächsten gehen. Äh, tschüss. Und das gibt's dann im nächsten Part. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.